Hallo, heute möchte ich mit Ihnen über die Volkskrankheit, saures Aufstoßen, dem Sodbrennen sprechen. Was sind die westlichen Konzepte, evidenced based, die Gabe von Säureblockern? Aber ist das die einzige Antwort? Ich möchte Ihnen Konzepte vorstellen, die an die Ursachen der Erkrankung gehen. Was ist die Definition hinter gastroesophagealem Reflux? Es beginnt mit einfachem Sodbrennen. Säure steigt nach oben. Dieser wiederkehrende Reflux von Säure führt zunächst zu unspezifischen Magenschleimhautreizungen, kann dann aber zu schweren Entzündungen, Ulzerationen, sagt der Mediziner, führen. Langfristig führt es dazu, dass eine Vielzahl von Folgeerkrankungen auftreten können. Wir wissen heute, eine Vielzahl von chronischen Paukenergüssen, Mittelohrentzündungen, Nebenhöhlenentzündungen können mitverursacht sein durch saures Aufstoßen, durch den Reflux. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Bild der westlichen Medizin völlig gewandelt. Wenn lange Zeit der Golden Standard gewesen ist, Säurepuffer zu geben, Antazider, sagt der Mediziner, zu geben, Aluminiumhaltige Substanzen, die die Säure abgepuffert haben, ist man dann dazu übergegangen, Substanzen zu verabreichen, die die primäre Säureproduktion im Magen reduzieren. Schreckliches Wort, Protonen, Pumpen, Inhibitoren. Heißen die Handelsnamen, Omeprasol, Panteprasol. Ja, damit wird in der Akutsituation hocheffektiv die Säureproduktion eingeschränkt. Die Symptomatik lässt nach, aber die Wurzel der Erkrankung wird nicht therapiert. Wir müssen heute sagen, der Erfolg der Protonenpumpen-Inhibitoren wird erkauft dadurch, dass bestimmte Mineralstoffen und Vitamine nicht mehr richtig aufgenommen werden können. Die langfristige Einnahme von Omeprasol und vergleichbaren Substanzen führt dazu, dass Vitamin B12 nicht mehr richtig aufgenommen werden kann. Der Körper braucht ein gewisses Maß an Säure, um Bakterien und andere Erreger unschädlich zu machen. Die sollen eben nicht in tiefe Abschnitte des Magens eindringen. Und der Körper braucht ein gewisses Maß an Magensäure, um einen sogenannten Intrinsic-Faktor zu produzieren, dass Vitamin B12 resorbiert werden kann. Auch die Auchnummer von Vitamin D wird beeinträchtigt. Also die langfristige Einnahme von Protonenpumpen-Inhibitoren führt dazu, dass Osteoporose entstehen kann. Also der kurzfristige positive Effekt, die Symptome lassen nach, wird erkauft durch eine Vielzahl von möglichen langfristigen Nebenwirkungen. Was kann man sagen aus zellphysiologischer Sicht? Der Übergang Speiseröhre-Magen schließt nicht mehr richtig, weil fast immer nachzuweisen ist, dass eine vermehrte Zahl von Stickoxiden, NO, da anfällt. Und es gibt ein ganz einfaches physiologisches Prinzip, ausreichend Vitamin B12 geben. Vitamin B12 kämpft gegen das dauerhafte Offenstehen des Übergangs Speiseröhre-Magen an. Und in ganz vielen Fällen ist die regelmäßige Gabe von Vitamin B12 kurativ und nimmt nicht nur das Symptom, sondern sorgt dafür, dass der Verschluss Speiseröhre-Magen wieder vollständig zum Verschluss kommt. Wir vermeiden die Komplikationen, dass es zum B12-Mangel, zu Anämie kommen kann, zu Osteoporose kommen kann. Wenn ich dann noch die Schätze der jahrtausendalten chinesischen Medizin dazu nehme, die sagt, der Magen ist nicht nur dafür verantwortlich, das vorzuverdauen, was ich als Nahrungsbestandteil zu mir nehme, sondern ist auch dafür verantwortlich, Emotionen zu verdauen. Und als ich auf diesem Gebiet arbeite, Phytotherapeutika gebe, die die Vorverdauung von Nahrungsbestandteilen, auch die Vorverdauung von Emotionen unterstützen, habe ich ein ganzheitliches Konzept, um diese Volkskrankheit erfolgreich auf einem natürlichen Wege, auf einem physiologischen Wege therapieren zu können. Was können Sie tun, um Sodbrennen zu vermeiden, zu reduzieren? Eine der wichtigsten Änderungen des Lebens, des Essens ist, Vermeiden von opulenten Mahlzeiten am späten Abend. Am Abend ist unser Magen nicht darauf eingestellt, große Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Das führt unweigerlich dazu, dass es auf Dauer zum Sodbrennen kommt. Unterstützend sind wärmende Substanzen, Fenchel, Fenchel, Kümmel, Anistee, was Sodbrennen reduzieren kann. Sind Therapien erforderlich? Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker des Vertrauens. Bevor der Arzt sich entscheidet, einen Protonenpumpenhemmer über eine lange Zeit zu nehmen, muss man unter Umständen Diagnostik machen. Liegt womöglich eine Zwerchfellherrn hier vor, also ein Loch im Zwerchfell, das erfordert dann eine spezielle Therapie. Wenn eine Magenspiegelung durchgeführt wird, sollte man daran denken, dass auch der Säuregehalt des Magens bestimmt wird. Denn in vielen Fällen ist es paradoxerweise so, dass es nicht eine Übersäuerung, sondern eine Untersäuerung ist, die die Symptome des Sodbrennens auslösen kann. Warum Untersäuerung? Auch die Untersäuerung kann dazu führen, dass der Übergang Speiseröhre-Magen nicht richtig funktioniert. Die Nahrung kann nicht richtig verdaut werden. Die Säure im Magen hat eine zentrale Funktion in der Vorverdauung unserer Nahrung und in der Abwehr von bakteriellen, viralen und Pilzinfektionen im gesamten Magen-Darm-Trakt. Zusammenfassend kann man sagen, der gastroesophageale Reflux, das Sodbrennen, ist nicht nur ein einzelnes Symptom des Magens, sondern kann eine Vielzahl von Folgeerkrankungen auslösen. Das Bedenken von physiologischen Prinzipien kann das Problem ursächlich beheben. Dazu gehören Vitamin B12, dazu gehören wärmende Tees, Fenchel-Tee, Fenchel-Kümmel-Anistees, dazu gehört unter Umständen der gezielte Einsatz von komplexen Phytotherapeutikern aus der chinesischen Medizin, Dazu gehören aber auch gezielte Akupunkturpunkte, die das Ganze unterstützen können. Sie haben es selbst in der Hand, allein durch die natürliche Ernährung, durch die gezielte Aufnahme von bestimmten Nahrungsbestandteilen die Symptome zu lindern, häufig zum Verschwinden zu bringen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt des Vertrauens, mit Ihrem Heilpraktiker, mit Ihrem Therapeuten, entwickeln Sie ein individuelles Konzept, um das Problem gastroesophagealer Reflux nicht nur als Symptom, sondern als komplexes Ursachensyndrom zu therapieren. Bleiben Sie gesund! Beste Grüße aus dem schönen Münsterland! Beste Grüße aus dem schönen Münsterland, Beste Grüße aus dem schönen Münsterland,